Später am Abend, seine Seniorpartner hatten sich längst in ihre Häuser auf der Upper Fifth Avenue zurückgezogen, Paul selbst hatte es versäumt, zu seiner Junggesellenwohnung auf der 50. Straße aufzubrechen und stattdessen mit dem Füller so viele Aktennotizen geschrieben, dass sich an seinem Mittelfinger eine Blase bildete, stand ein Botenjunge vor der Tür zur Kanzlei. Er hatte ein Telegramm in der Hand mit folgendem Inhalt. Ihre Anwesenheit ist umgehend erwünscht, es gibt viel zu besprechen, strikt vertraulich. Unterschrieben war die Nachricht mit t.addison Seit beinahe einem halben Jahr war Paul mit einem Gerichtsverfahren beschäftigt, das er gegen Thomas Edison führte, aber kennengelernt hatte er den berühmtesten Erfinder der Welt bislang noch nicht. Bevor er das Büro verließ, zog Paul einen Ordner aus einer Schublade und entnahm ihm einige Unterlagen. Zu derart später Stunde war's auf dem Broadway duster. Die wenigen Gaslaternen, die die Straße beleuchteten, malten lediglich einen dünnen, gelblichen Schein auf das Pflaster. Die Wall Street im Süden dagegen war eine Festung aus hellstrahlendem elektrischem Licht. Paul wandte sich dem dunklen Norden zu und hielt eine Droschke an. Fifth Avenue Nummer 65, wies er den Kutscher an. Während die Edison General Electric Company ihr berühmtes Labor zwar immer noch in New Jersey betrieb, hatte der Hauptsitz des Unternehmens mittlerweile eine deutlich schickere Adresse. Der Fahrer drehte sich zu Paul herum. Treffen Sie den Zauberer? Edison ist auch nur ein Mensch, sagte Paul. Er vollbringt Wunder. Blitze in einer Glasflasche. Stimmen in einem Kupferdraht. Welcher Mensch vermag denn sowas? Ein Reicher. Die Pferde brachten sie den Broadway hinauf. Die Stadt lag im Dunkeln. Dann aber bogen sie auf die Fifth Avenue ein. Plötzlich rückten die elektrischen Lampen in den Blick, die diese Straße erhellten. Noch wurde der Großteil New Yorks nachts mit Kohlengas beleuchtet, jenem flackernden Licht, das die Stadt seit 100 Jahren heller machte. Aber in jüngster Zeit hatte eine Handvoll begüterter Geschäftsleute ihre Häuser mit diesen neuartigen elektrischen Glühbirnen ausgestattet. Wenn Paul die Fifth Avenue hinaufschaute, sah er Fortschritt. Und trotzdem, sollte er erfolgreich sein, würde er das illuminierte Imperium von Addison einstürzen sehen. Es war elf Uhr abends, als Paul das Haus Nummer 65 betrat. Ein bärtiger Mann mittleren Alters wartete am Treppenaufgang und streckte Paul die Hand entgegen. Ich bin Charles Batchelor. Ich weiß, wer Sie sind, sagte Paul. Batchelor war Addisons rechte Hand, der Vorsteher seines Labors und sein oberster Schläger. Wenn Addison schmutzige Wäsche zu waschen hatte, dann ließ Batchelor den Zuber ein. Nun führte er Paul die Treppe hinauf. Addisons Büro lag im dritten Stock. Batchelor öffnete eine Flügeltür und hieß Paul eintreten, blieb selbst aber ohne ein weiteres Wort gleich hinter dem Eingang stehen. Der Raum war üppig ausgestattet. Mit Antikleder bezogene Sessel, ein Mahagoni-Schreibtisch mit Glasplatte, auf dem elektrische Gerätschaften herumstanden. Entlang der Wände waren alle paar Meter elektrische Glühbirnen in Rosenform angebracht worden. Und grundgütiger, was waren sie hell! Paul blickte auf seine Hände hinunter. Ihm wurde bewusst, dass er die eigenen Hände noch nie bei elektrischem Licht gesehen hatte. Er hatte das Gefühl, dass nicht nur das Licht neu war, sondern eher gleichermaßen. Es brauchte lediglich einen glühenden Faden. Hinter dem breiten Schreibtisch saß Thomas Addison und rauchte eine Zigarre. Er besaß den kräftigen Unterkiefer eines Mannes aus dem Mittleren Westen, obwohl schon jenseits der 40 war Addisons Haar noch immer so wirr und ungekämmt wie das eines Schuljungen. Im grellen Licht konnte Paul sogar das Grau seiner Augen ausmachen. Guten Abend. Warum bin ich hier, Mr. Addison? Hm, gleich zur Sache. Diese Eigenschaft schätze ich bei meinen Anwälten. Ich bin nicht Ihr Anwalt. Addison schob ein Blatt Papier über den Schreibtisch. Es war eine Kopie der Titelseite der New York Times. »Tod in den Kabeln«, lärmte die Schlagzeile, »Leitungsmonteur auf Kabelnetz gegrillt.« In der Spalte darunter stand ein erregter Artikel, der die Gefahren der Elektrizität anprangerte, dieser rohen, noch unzureichend verstandenen Energie. »Ich habe gesehen, wie's passiert ist«, sagte Paul. »Ach, tatsächlich. Ich habe gesehen, wie der Mann in Flammen aufging, und ich war da, als die Feuerwehr ihn aus den Kabeln schnitt. Aber die Leitungen auf dem unteren Broadway sind ja nicht die ihrigen. Und auch nicht die meines Mandanten. Das sind die Leitungen der US Illuminating Company. Und da ich nicht der Anwalt von Mr. Lynch bin, geht mich diese Angelegenheit nichts an. Genauso wenig hat sie zu tun mit dem Zwist zwischen Ihnen und George Westinghouse. Also, warum bin ich hier?« Edison hielt kurz inne und sagte dann, »Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Mr. Cravath, hier wird ein Krieg geführt. Innerhalb der nächsten Jahre wird jemand ein Stromnetz errichten, das die gesamte Nation mit Licht versorgt. Dieser jemand könnte ich sein. Oder Mr. Westinghouse. Nach dem heutigen Tag wird es sicher nicht mehr Mr. Lynch sein. Klingt nach einem guten Tag für meine Seite.« Edison ließ Asche von seiner Zigarre auf ein goldenes Tablett fallen. »Im vergangenen Jahr hatte ich eine Menge Gegenspieler. Nach dem heutigen Tag habe ich nur noch einen. Ihren Mandanten. Mein Unternehmen ist zehnmal so groß wie seines. Ich bin ihm in der Herstellung dieser Technologie um sieben Jahre voraus. J.P. Morgan selbst hat mir nie versiegende finanzielle Mittel für unsere Expansion zugesagt. Und ich ... Nun ja, Sie wissen, wer ich bin.« Edison stieß eine Rauchwolke in die Luft. »Mr. Cravath, ich habe die Glühbirne erfunden, nicht George Westinghouse. Deswegen verklage ich ihn. Westinghouse ist ein reicher Mann, und Sie werden bei dem Versuch, mich in einem Spiel zu schlagen, das ich längst gewonnen habe, nichts weiter tun, als sein Vermögen zu verschleudern. Wenn die ganze Sache hier vorbei ist, wird Westinghouse-Unternehmen mir gehören. Auch Ihre Kanzlei wird mir gehören. Wer sich mir in den Weg stellt, wird Schaden nehmen. Ihnen zuliebe wünsche ich mir, dass Sie nicht dazugehören.« Thomas Edison betrachtete ihn sorgenvoll. Und das machte Paul wütend. »Ich bin erfreut darüber, dass Sie mich heute Abend hergebeten haben,« sagte er. »So haben Sie mir die Umstände erspart, mit Ihnen einen Termin ausmachen zu müssen.« »Ach, tatsächlich. Und worüber wollten Sie mit mir sprechen?« »Gegen Sie ist Klage erhoben worden.« »Ist das so?« Edisons Lippen umspielte der Ansatz eines Lächelns. »Von wem?« »Von George Westinghouse. Wir haben Gegenklage gegen Sie eingereicht.« Edison lachte auf. »Weswegen?« »Weil Sie unser Patent auf die Glühbirne verletzen.« »Aber ich habe die Glühbirne erfunden.« »Das hat das Patentamt auch behauptet, nur...« »Sind nicht doch schon Glühlampenpatente vor dem Ihrigen erteilt worden?« »Sawyer und Mann.« »Ach, deren Entwürfe sind Lichtjahre von den meinigen entfernt. Diese beiden dürfen mich gern verklagen.« »Ich fürchte, das können Sie nicht, denn Sie sind nicht mehr im Besitz Ihrer Patente.« Paul hielt die Dokumente hoch, die er eingesteckt hatte, und schob sie Edison über den Schreibtisch zu. »Wir aber schon.« Edison las, dass die Westinghouse Electric Company mit William Sawyer und Urban Mann eine Lizenzvereinbarung getroffen hatte und das Westinghouse jetzt über das alleinige Recht verfügte, elektrische Lampen nach dem Entwurf dieser beiden herzustellen und zu vertreiben. »Das ist ja ausnehmend clever, Mr. Cravath«, kam es schließlich von Edison. »Ich verstehe, warum George Sie so gut leiden kann.« Edison schob die Unterlagen wieder über den Tisch zurück und sagte, »Ich habe einige Nachforschungen über Sie angestellt. Sie haben vor zwei Jahren das Studium an der Juristischen Fakultät der Columbia University als Jahrgangsbester abgeschlossen, woraufhin Ihnen Walter Carter höchstpersönlich einen Lehrstuhl anbot. Fürchterlich eindrucksvoll. Aber anderthalb Jahre später verlässt Carter die Universität und Sie folgen ihm in seine neue Kanzlei, werden sofort zum Partner gemacht, mit 26 Jahren. Ich bin eben frühreif. Sie sind ehrgeizig. Vor sechs Monaten waren Sie noch Juniorpartner in einer neu gegründeten Kanzlei. Sie hatten noch keinen einzigen Fall selbst verhandelt. Und dann schaffen Sie es irgendwie, Ihren allerersten Mandanten zu akquirieren. Mr. George Westinghouse, den Mann, gegen den ich gerade erst Klage erhoben habe. Eine Klage, bei der es um mehr Geld geht, als was Sie, Ihre Kinder und Kindeskinder in Ihrem gesamten Erdenleben je zu Gesicht bekommen werden. »Mr. Edison«, sagte Paul, »warum tun Sie so, als wären Sie von mir beeindruckt? Wie kommen Sie darauf, dass meine Bewunderung nicht echt ist? Weil ich auf der Fifth Avenue im Büro des erfolgreichsten Erfinders der Menschheitsgeschichte stehe. Einem Mann, der sein erstes Patent mit 21 angemeldet und mit 30 seine erste Million verdient hat, dessen Äußerungen jedweder Natur auf die Titelseite der New York Times gedruckt werden und den der Präsident der Vereinigten Staaten mitsamt dem Großteil seiner Bürger buchstäblich für einen Zauberer hält, dessen Name bei jedem Kind, das einen Schraubenschlüssel und einen Traum hat, Ehrfurcht auslöst und bei jedem Bankier auf der Wall Street Angst. Und dieser Mann soll mich für ehrgeizig halten?« Edison nickte. Dann wandte er sich seinem an der Tür stehenden Mitarbeiter zu. »Mr. Batchelor, bringen Sie mir bitte die Unterlagen?« Als Batchelor zurückkam, trug er einen fast meterhohen Papierstapel und setzte ihn vorsichtig auf dem Schreibtisch ab. »310«, sagte Edison. »In diesem Stapel befinden sich, soweit ich weiß, 312 Anklageschriften, und sie alle richten sich gegen Tochtergesellschaften von Westinghaus. Sie sehen, ich prozessiere nicht nur gegen Sie, ich gehe gegen alle vor, mit denen Sie Geschäfte machen, jede Tochtergesellschaft, jede Fabrik, jede Vertriebsniederlassung. Und ich muss gar nicht jeden dieser Prozesse gewinnen, nur einen einzigen. Sie erheben Gegenklage? Viel Glück dabei. Denn Sie werden mich nicht nur einmal schlagen müssen, Sie werden mich 312 Mal schlagen müssen, ohne Ausnahme.« Edison fuhr mit dem Finger über die Mahagoni-Platte, vorbei an geheimnisvollen Schachteln, versiegelten Glasröhrchen und dünnen Kupferstreifen bis hin zu einem schwarzen Knopf. »Gefällt Ihnen die Aussicht?« Edison sah aus dem Fenster. »Man kann die Freiheitsstatue von hier aus sehen.« Da war sie tatsächlich, Lady Liberty, weit weg auf Bedlow's Island. Ihr Licht war über die Entfernung nur schwach zu erkennen, aber seine Quelle war eindeutig elektrisch. Die Fackel wurde von einem Stromgenerator betrieben, der auf der Pearl Street an der Südspitze der Insel stand. Es war Edisons Generator. Es war Edisons Licht. Und Edison drückte nun kurz auf den schwarzen Knopf. Und plötzlich ging das Licht aus. Ein Fingertippen von Thomas Edison und die Fackel der Freiheitsstatue in 5 Meilen Entfernung erlosch. Strom kann eine derart unsichere Sache sein. Gas war immer so schön vorhersehbar. Sie nehmen ein Streichholz und voila, eine Flamme, die ein Zimmer erleuchtet. Mit der Elektrizität ist es komplizierter. Und trotzdem wird das alte Versorgungssystem zunehmend obsolet. Ein neues entsteht, um seinen Platz einzunehmen. Dank meiner Helligkeit ist der Arbeitstag des Menschen nicht länger an den Sonnenuntergang gekoppelt. Die Produktivität in den Fabriken verdoppelt sich. Ob es Mitternacht ist oder Mittag, das macht keinen Unterschied mehr. Die Nacht unserer Vorfahren nähert sich ihrem Ende. Das elektrische Licht ist unsere Zukunft. Der Mann, der es kontrolliert, wird nicht nur zu einem unvorstellbaren Vermögen gelangen. Er wird nicht einfach nur die Politik diktieren. Er wird nicht bloß die Kontrolle haben über die Wall Street, Washington, die Zeitungen, die Telegrafengesellschaften und die Millionen elektrischer Haushaltsgeräte, von denen wir jetzt noch nicht einmal zu träumen wagen. Nein, der Mann, der die Elektrizität beherrscht, wird zum Herrscher über die Sonne am Firmament. Und mit diesen Worten drückte Thomas Edison erneut auf seinen schwarzen Knopf und die Fackel der Statue ging wieder an. Ein guter Anwalt bekommt es nicht so leicht mit der Angst zu tun. Ein sehr guter Anwalt bekommt es überhaupt nie mit der Angst zu tun. Als Paul aber auf die hell leuchtende Freiheitsstatue blickte, auf die 312 Klagen, die er abzuschmettern hatte, und auf das Gesicht des Mannes, der mit einem Finger zu tun vermochte, was sich Generationen von Newtons, Hooks und Franklins noch nicht einmal hätten vorstellen können, da hatte er eben doch Angst. Denn in diesem Augenblick erkannte Paul, was wahre Macht war. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR